So, das erste, was ich aber erstmal testen muss, warte, das geht ja nicht, komm, geh kaputt, einen noch, genau, so, So, der Ofen, haben wir da ein bisschen Holz rein und jetzt wird erstmal hier Raw Matten gemacht, Junge, so, während das brennt, mache ich mir nochmal ein bisschen, was ist das denn hier, hier ist ein Sticks, Hm, hier ist was? Ach cool, quasi so ein Boot, das so gestrandet ist, in der Wüste, also, ne, so ein Bootfrack, quasi, Ein Boot, lol, in der Wüste, ja, läuft, die haben sich ein bisschen verfahren, so, Das ist fertig, Oh, Eisen, Ja, Huhu, Gib mir mehr, Wenn wir die Ritter in Treibstand reinlocken, Was funktioniert? Lass doch die Ritter einfach stehen, ich will jetzt einfach ne, ne Location für unser, für unser neues, für unseren Neuanfang, Was? Erstmal mit nem Alifanten prügeln, Du verlierst, So, erstmal ein bisschen Fleisch, Das geht überhaupt nichts, Kann mir weiterziehen, Okay, ja, können wir, Nein, ich bin in Treibstand reingelaufen, Wird schwer dunkel? Hilfe, Ah, hi, Guten Tag, Oh, ich bin in Treibstand reingelaufen, Wie ist das denn noch passiert? Und das wird mir immer noch nicht angezeigt, das nervt mich, Ich bin well fed, alles klar, Ähm, Ich bin hungrig, Wo kann man denn seine, Hüte? Ich weiß jetzt auch noch nicht, Aber ich muss jetzt erstmal, Kommst du? Warte, Was bleibt für uns wieder stehen? Unglaublich, Ja, ähm, wir haben ja nicht mal betten, Da vorne steht ein Tempel, Nein! Scheiß Treibstand, Verschwör nicht, wo du denn bist, Alle zwei Minuten, wo bist du? Wo bin ich? Wo sind wir? Ich mach mal den hier, bevor noch irgendwelche Viecher uns töten, Tempel, welchen Tempel? Du hast Rückseite aus dem Tempel! Mit den Rittern oder ohne die Ritter? Ohne Ritter! Okay! Ah, Treibstand! Ist leicht nervig der Ritter! Alter! Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ahaha! Ähm, rechts von den Rittern, quasi! Was ist da? Da bin ich! Also laufe ich grad in die falsche Richtung! Ja! Da oben bist du! Hast du grad von irgendwas gejagt? Nein! Ach, das ist ein Elefant! Okay! Lass mal in die Richtung hier weitergehen! Ähm, kannst du kurz den Ofen platzieren? Hast du auch Hunger? Ja, ein bisschen! Ich sag dir gebratet, vielleicht springt gar nicht mehr so viel! Äh! So! Ach, wenn ich schon dabei bin, ich gönne mir heute was! So! Ich würde aber echt gern die Ritter liegen, ey! Geben die Rüstung oder was? Ja! Und Schwerter! Kannst du mal einen rauslocken! Viel Spaß dabei! Du brauchst erstmal ein richtiges Schwert! Ich könnte ja Eisen brennen, warte! Okay! Geht grad nicht! Hast du noch ein Schaf zufällig gefunden? Äh, nein! Eins bräuchte ich noch! Für die Betten! Ah, ich hab keinen Stein mehr für ein Versteinsschwert! Hast du noch zwei Steine? Äh, ja! Cobbles! Cobbles dann! Alter, gibt's doch total wenig! Minecraft, ähm... Oh, ihr habt ne Currypflanze gefunden! Hm... Da! Wie kann man das GUI aktivieren? Optionen... Tools, Data Dumps... Alles klar! Hast du jetzt nen Eisenschwert? Ne! Ne, nen Stein! Was ist denn eigentlich für ein Stülze? Interessant! Stehst du mir bei, oder wirst du noch weiter müssen? Ja, ich... ich... ich komm schon! Ich hab halt nichts zu essen! Aber lock nur einen raus! Da kriegt Schaden, der eine schon! Du hattest in die Charakteren! Sieht ihr uns schon? Warte, geh mal nicht so nah ran! Jetzt Schrittchenweise! Boah, zieht! Ich hüpfe mal! Hi! Der hat uns immer noch nicht gesehen! Lol! Na, wann kommt er denn? Einer kommt! Einer kommt! Einer kommt, der linke! Einer kommt! Ja! Den machen wir! Ja! Kommt der jetzt immer noch? Habe ihn! Habe ihn nochmal! Nicht zu mir schieben! Du musst ihn... Er hat sich nur auf mich fokussiert! Jetzt geht er auf dich! Jetzt rennt er weg! Wird er weg! Jetzt kommt er wieder! Au! Renn nicht! Durch mich durch! Komm nicht von hinten! Zusammen gleich! Zusammen gleich! Ich seh sein Leben nicht! Das ist das Problem! Lol! Todeser! Was hast du denn so gedroppt bekommen? Was hast du alles? Ich hab ne... Ah! Chest Armor bekommen! Das sieht geil aus! Hey! Ich brauch auch eine! War gar nicht so schwer! Ich dachte! Ich hab die nächsten an! Oh jetzt kommt's! Oh fuck! Jetzt kommt zwei! Oh oh! Drei! Drei! Ähm! Renn weiter weg Junge! Die haben sie sowieso auf mich fokussiert! Au! Au! Rennen die immer noch? Oh ja! Ha! Kann man die... irgendwie rumänseln? Beim... Bei den Quartieren? Da ist noch einer! Da ist noch einer! Da ist noch einer! Okay! Nicht in mein... Nicht in mein Sichtfeld! Nene! Nö! Stoß ihn einfach zurück! Ja genau! Nee! Nicht näher! Halt ihn gerade! So! Hast wieder eine für dich getroppt, oder? Die hast du eingesammelt, oder? Ne! Die ist gerade rausgefallen! Die hast du eingesammelt! Ich hab nichts bekommen! Ich hab ein Schwert bekommen! Ein Eisenschwert hab ich bekommen! Das geb ich dir mal! Du bist besser! Ich leck weniger! Das hat ja voll viel Leben! Ja besser als gar nichts, würde ich sagen! So! Nächster! Kommt der wieder? Kommt der wieder? Ich seh's nicht! Ne, der steht nur rum, ne? Ja! Wir haben halt keinen Bogen! Statt dass wir Essen holen, klopp uns mit Rittern! Warte! Jetzt weg! 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 Der will dich gar nicht! Der kennt mich! Ich bin sein Freund! Lol! Der greift dich gar nicht an! Jetzt! Pass auf! Lauf! Die machen 3 Herzen Schaden! Ich kann nicht mehr sprinten! Einfach gerade laufen! Du musstest natürlich wieder 10 Stück pullen! Hier ist Treibstand! Vielleicht können wir sie da durchlocken! Die kommen immer noch, ne? Ja! Ähm, ja! Vorsicht! Treibstand! Vorne! Ja, das ist Treibstand! Nicht durchrennen! Vielleicht können wir sie hier irgendwie abwehren! Es sind nur noch 3! Einer ist im Treibstand! Die anderen zwei auch noch im Treibstand! Ja! Pass auf! Die anderen kommen links! Die wollen los! Ich bin auch im Treibstand! Ich habe sie alle drin im Treibstand! Hilfst du mir tot zu schlagen! Ja! Haha! Sind sie alle tot? Ja! Perfekt! Ich bin zwar das Erste mit reingesprungen, aber... Block ID, Bioms, Plenty, Mud, Metadata, Block 1! Keine Ahnung! Hast du willkommen oder was? Ne! Keine Ahnung! Ich habe ein Void Seed, was auch immer das ist! Hast du noch eine Rüstung bekommen? Für mich? Ich habe nichts bekommen! Okay! Okay! Ich glaube, ihr hatten die Rüstung noch? Äh... Schon ein bisschen was! Wir sollten übrigens mal Essen holen! Au! Ja! Ich habe nur diese Pflanzen-Dinger angesammelt! Ja, lass doch die Restlichen hier gucken und dann... Irgendwann verhungert man, ne? Ja! Das sind noch zwei! Drei! Okay, lass weitergehen! Das sind noch zu viele! Einer kommt schon wieder! Den nehme ich! Na komm! Der rennt weg! Zwei! Der will nur auf dich gehen! Ich kümmere mich um den Rechten! Hab den! Ah, ich habe Schuhe bekommen! Ich habe nur wieder Erfahrung bekommen! Müsst du die Schuhe haben? Die haben auch ein bisschen Rüstung! Sind sogar besser! Sichern! So! Okay! Komm her! Oh, mein Schwert ist kaputt gegangen! Weg! 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 Du pullst wieder alle! Da schießt sogar ein Magier auf dich! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Lass gehen! Ja, ich würde gerne noch unser Zeug mitnehmen! Okay dann! Oh, die kommen zu mir! Die Richtung, wo wir uns da vorne gepullt haben! Einfach rennen! Ich wäre nach links gelaufen! Ja, dann von da aus ein bisschen weiter nach links! Wir sollten uns ein paar Viecher töten! Zum Essen! Ja! Schweine! Da ist ein Kaktus! Bist du schon, ähm... Ja, ich sehe dich! Okay! Ich muss trotzdem was essen! Kann man sich hier nicht eine Angel bauen sehr schnell? Nee! Ich brauche es zum Phrasen! Oh, im Desert Garden! Cool! Kaktusfrüchte! Au! Kann man hier irgendwas essen? Haben wir kurz den hier! Oh, wie ist denn das passiert? Kohle abbauen! Gut, ich verhungere gerade! Du darfst mir jetzt nicht hauen! Hast du mich gerade gehauen? Nein! Das war der Kaktus! Nein, ich bekomme Schaden durchgehend! Ich hoffe, ich gehe nur auf ein halbes Herz! Schweine! Ich habe noch ein halbes Herz! Sterbe ich jetzt? Ich bin dort! Ich bin dort! Ja, ich habe gesagt, ich verhungere! Okay! Der andere hört ja nicht auf mich! Ja, was soll ich denn machen? Ich kann auch kein Essen hier zaubern! Da waren gerade Schweine vor uns! Sag mal kurz deine Koordinaten! Ähm... 1444! Ja! 543! 1044! Und 500! Okay! Y ist ja die Hügel, ne? Okay, dann muss ich hier den Hügel hoch! Oh, okay! Sag mal mal mein Zeug an! Ich hatte sehr viel... Ich hatte schon ein bisschen Eisen! Schlucht! Hm, ich freue erst mit dem Ofen hier! Dann stelle ich schon mal auf! Okay, das war jetzt nicht so klug, in diese Schlucht zu gehen! Da komme ich nämlich nicht hoch! Wir brauchen einen Söhnen-Spot! Ja! Ja! Hinten ist aber schönes, äh, Waldgebiet! Und da ist ein Tempel! Guck mal einfach zu deinem, äh, Deathpoint! Seh ich den überhaupt? Ich seh den gar nicht! Ja, die Koordinaten hat nicht! Ich bin vergiftet! Loloherrl! Hui! Das macht Spaß! Alter! Voll besoffen! Was ist das hier? Geben Ziegen auch Fleisch? Ich sammle auch ganz viel Fleisch, ja! Ich sammle ja ganz viel! Ziegen geben glaube ich Matten, oder? Weiß ich nicht! Aber ich twitter gerade alle Schweine, die ich finde! Was hast du 1000 und 500 noch was? 1444 und 540 glaube ich, das war's! Dann muss ich noch in die Richtung, okay! Ah, mit, mit C kann man die Hüte auswählen, oder? Ne! Ah doch! Mit, mit H! 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 H für Hut vielleicht! Ich hab so ne Türkenkappe auf! So ein Fes! Fes! Brennt schon mal ein bisschen Fleisch, bitte! Ich bin schon wieder am Fassenfock! Ui! Nein doch! Treppssand! Nein! Ich werde sterben! Geh weg! Lol, was ist das denn für ein Loch? So! Oh lol! Das seht ihr ja jetzt erst! Was ist das für ne crazy Insel? Die in der Luft? Ja! Ja komm! Da bauen wir uns jetzt nicht hoch! Was ist das denn für ein Gedöns hier? Da glitzert irgendwas? Okay! Da, 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 da! Da, 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 da! 1400 war das, okay! Da, 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 da! 1400 war das, okay! Ich muss noch 200 laufen! Ist der giftig? Ja! Oh fuck! Alter! Ja! Ja! Da ist nochmal Treppssand unter mir, oder? Äh! Jetzt aber nicht mehr! So! Weißt du was ne fiese Kombo ist? Treibssand und giftige Pflanzen daneben! Ja! Das stimmt! Alter! Voll das coole Gebiet hier vorne! Seh ich dich? Ich glaub da vorne ist mein Tod... Todespunkt! Ich glaub den seh ich von hier! Du hast das Essen im Ofen! Okay! Sehr schön! Ich seh dich! Irgendwo hier muss mein Todespunkt sein! Wird der nicht eigentlich angezeigt? Ey, die Rüstung ist echt stark, muss ich sagen! Cheater! Hast du jetzt meine Schuhe angezogen? Nein! Ist alles noch im Kreuz drin! Ach! Mann, da stell dir ein Kreuz! Okay! Äh! Wie kann ich denn alles nehmen? Ich muss... Ich mach's einfach so! So! Hier vorne sind noch mehr Schweine! Ich bin bei einer geilen Türken Couple! So! Äh! Das kommt auf die 1! Das kommt auf die 3! Äh! So! Essen! Sehr schön! Da hinten rennt einer rum! Soll ich den... Ja! ... vielleicht mitnehmen? Ja! Ich tue die Tiere des Waldes! Kommt! Lasst uns den... Den... Den Herr des... Äh! Was geben eigentlich das ein Haus? Hast du das überhaupt schon gelootet? Nein! Das wollte ich auf dich warten! Okay! Hasen geben nur Erfahrung! Die geben kein Hasenfleisch, oder? Nein, die geben nur Erfahrung! Okay! Ich wollte nur sicher gehen! Hasen brauchst du nicht töten! Die geben nichts! So! Dann schaue ich mal kurz in das Haus hier rein! Das sieht aber schön aus! Der Tempel? Meinst du? Äh! Das sieht aus wie ein Haus! Ich schaue mal ob hier Fallen sind! Da sehe ich eine Ratte! Oh! Das ist eine Mühle! Hier ist Stroh drin! Ein Stein mit einer Pressure Plate! Und... Der schießt dann... Mehl raus! Ich habe Mehl! Hier sind Mäuse drin! Kommt man da hoch? Kann man Sachen benutzen? Weil hier ist eine Leiter! Aber ich komme nicht hoch! Ah, jetzt! Alles klar! Ich bin der Fleischlieferant! Ähm... Machst du jetzt nochmal Rucksack? Ähm... Glaub ich! Glaub ich! Guck mal her! Zwei habe ich! Ah! Okay! Wir brauchen mehr Leiter! Und hier zwei heute! Falls das auch geht! Wie bist'n du überhaupt? Ich zöge gerade hier die Tiere! Wir bräuchten Kühe... Pferde... Ding! Minecraft! WTF! Keine Ahnung! Was hast du getan? Sehr oft Schiff gedrückt... Äh... Steuerung gedrückt! Ich seh keine Kühe! Wo bist du hin? Bei dem Haus! Das Haus... Meinst du nicht den Tempel, oder? Doch! Wenn das für dich ein Tempel ist... Das ist aber nur eine Mühle! Und ich habe keinen Platz mehr im Inventar! Und da sind noch ein paar Sachen drin! Wie zum Beispiel... Die würde ich alleine mitnehmen, weil sie dekorativ sind! Ach das ist... Da sind sie müde! Okay! Ich nehme die Heuballen mit! Ach sieh an! Ach deswegen spawnen hier Mäuse! Ist hier ein Mausspawn, oder was? Ja hier ist ein Mausspawn! Ein Rattenspawn! Das ist ja cool! Und da ist noch eine Kiste hinter versteckt gewesen! Nimm mal die Seeds! Normale Seeds brauchen wir nicht! Was sind denn das? Fertilizer! Dünger! Eine goldene Ho! Sonnenblumenseeds! Dann haue ich mal die Wooden Eggs raus! Und nehme die Sonnenblumenkerne mit! Ähm... Brauchen wir Federn? Salpeter habe ich! Oben ist auch noch eine Kiste, ne? Ah ja, was? Seeds! Hier oben ist auch noch eine Kiste! Und da ist noch eine Irons... Was ist denn das? Eine eiserne Sichel? Eine Mett? Und ne Crackle... Und ne Crackle-Pipe-Flut! Was auch immer die bringt! Kann ich nicht mitnehmen von voll! Hast du den denn in den Ofen irgendwo? Ja, habe ich da! Soll ich den denn geben? Ich setze ihn einfach irgendwo hin! Äh... Ich habe ihn runtergeschmissen! Ich würde gerne wissen, was kann ich denn hier mitmachen? Hast du denn noch die Kohle? Die drin war? Elf, ja! Okay, ich habe... Ähm... Dreimal 16... Äh... Schwein... Und 8 Chicken! Okay! Ähm... Hast du noch eine Wolle zufällig? Nein! Leider nicht! Äh... Heubon habe ich noch für dich! Ja, kann ich gleich mitnehmen! Ja... 15 Stück habe ich jetzt! Ähm... Also wir können nicht schlafen, ne? Oben ist noch einer! Ja... Naja, wir haben halt nur ein Bett! Ich bräuchte... Das ist echt cool mit den Mäusern! Wir können uns hier runtergraben und ein bisschen meinen! Geht es? Geht es? Geht es, wenn ich jetzt hier schlafe? Ne, du musstest auch ins Bett! Ich mache einfach Tag! Also... Okay! Cheetah! Oh! Wie benutze ich eigentlich die Crackle-Pipe-Flut? Kann ich die irgendwie benutzen? Äh... Keine Ahnung! Was habe ich hier in der Hand? Eine Sense! Okay! GG! Eine goldene Ho habe ich! Äh, wie sieht es aus mit Essen für mich? So, acht Stück! Erstmal Stein! Für den zweiten Ofen! Äh... Ja, ich bräuchte erstmal eine Crafting-Table! Und dafür... Ich habe keinen Platz mehr! Ich habe noch einen! Ja! So... Wir bräuchten mal nochmal... Hier... Die Mäuse sind im... Sechs Leder! Ja... Ja... Ach, nicht das! Keine Ahnung! Das können wir später machen! Okay! Hast du noch Polar? Ja... Was sind die Fünf noch? Ja... Ich... Ja... Nimm halt... Nimm halt Holz! Habe ich nicht mehr! Ja... Hast du kein Holz mehr? Hast du noch zwei Steine für mich? Gleich... Ähm... Ähm... Lol... Lol... Da ist ein... Sklett im Wasser! Ja... Es war Nacht! Äh... Als erstes muss der Mod so man die Items aktiv sein, denn dann sollten auf der rechten Seite... Options... World... Highlight Tooltips... Shown... Ah! Jetzt sehe ich auch, ähm... Welche Blöcke das sind... Mangroven Wood Planks... Du musst unter Optionen... Also E-Optionen-Welt... Und dann Highlight Tooltips... Shown anmachen... Dann wird's angezeigt... Oben mittig... Am Crafting Table... Gut zu wissen! Weil ich würde gerne mal wissen, was ich hier abbaue... So... Ähm... Stein, ne? Zwei Stück... Ich finde das voll cool, ich lasse das Haus hier stehen... Oder sollen wir es abfackeln? Nein... Was brutzelt denn jetzt hier? Immer noch Fleisch... Immer noch Fleisch... Okay... In welche Richtung willst du denn weiter? Weiter in... X-Positiv... Und... Z-Positiv... Ja... Ich gönn mir mal 11, ne? Äh... Das Essen ist deins... Welches? Alles! Lol... Warum? Weil ich... Die andere Hälfte hab... Ach... Man kann nur 16 nehmen, okay... Es deckt sich nur auf 16... Warum? Komisch... Okay, wenn wir jetzt auf dem Weg Kühe finden... Ich hab ein paar Burlap-Sacks... Ich hab fünf Stück... Und da können wir... Die waren hier drin... Und... Mit Burlap-Sacks... Sechs... Sechs... Doch... Sechs... Mit A... Sachs... Und Leder kann man nämlich Ding herstellen... Ähm... Ich kann die Kohle nicht rausnehmen, weil ich voll bin... Und deswegen muss ich mein Eisen brennen, weil ich hab schon einen Eisenbacher im Inventar... Und so... ...ich... Tschüss... Tschüss...